gleich mit der hier mit der schnitte da machen mal kokett vorstellen direkt rangehen direkt rangehen hier du hast ein führer ja das ist sagt das spackte manchmal kennt sie ja jetzt ist wieder 41 wer zum teufel ist felix ich bin noch wach hey seit letztem schicken ja nicht meine jetzt generell so ihr werdet damit bekommen ja länger zuschaut und vielleicht können wir haben ja mal die gelegenheit jemand zu reden zu werden also auf jeden fall wenn ich irgendwann selber support von twitch krieg werde ich viele streamer versuchen zu supporten und auch mit denen abhängen und spaß haben aber so lange ich nichts krieg kann ja nichts weitergeben leute tut mir leid bin dann mal weg raffle habe ich verpennt wegen paar sekunden alles klar exklusiv schlaf schön träum süß bis zum nächsten mal ein gags hätte es auf jeden fall mal verdient dass sich jemand redet danke für das kompliment ist mir ist mir echt freut mich echt so was zu hören zu lesen hier ich habe auch noch eine da muss ja auch ins bett ja du musst ja hier gex siehst du bis sechs ja bis sechs vielleicht nicht das ist vielleicht bis sind dann muss ich fange ich am morgen wieder später an neben keine ahnung also ab drei uhr kommt immer darauf an wie viele leute da sind es tut mir meistens von drei bis drei heute habe ich auch erst mit sechs angefangen ab drei entscheiden wir dann gemeinsam 34 schauen wir mal ja wir suchen felix wir suchen felix hier mutiger anmachspruch direkt hier stopp wer ist das nadja ach die ist doch besser als die andere lassen wir mal das hier weg hier hier nadja korkett vorstellen direkt hier gags ich bin weg und was ist alles klar jo weiß ich bescheid gut muss morgen wieder raus nur weg gags mein freund hau reinschaut alles klar dann ihr beide träumt schön und schlaft süß bis umgekehrt schlaft schön und träumt süß bis morgen oder bis zum nächsten mal stopp wer ist das wow das outfit da luisa ist das stopp lass die lass die mal weg hier wenn man die da dann komm herr samstag wieder alles klar ich werde da sein felix hoffentlich auch ich vermisse ihn ach jetzt sind beide hier die mögen mich nicht oder was schauen wir mal gags kennst du adensburg alex ok weiß nicht wenn es irgendwelche streamer oder so sind ich verfolge twitch schon seit mehreren jahren aber ich schaue meistens nur amerikanische streams also ich kenne die amerikaner fast alle so in den letzten ganzen jahren keine ahnung vier bis sechs jahre wie auch immer vier jahre twitch ja und davor justin also ich kenne die amerikanischen streamer deutsche kenne ich sehr sehr wenige würde ich sagen falls es einer ist du bist so fett said little chicken hey merce für dein follow hab spaß genießt die show und liebe gus aus münchen schicke ich dir hier mit was ich hat folgende merkmalen von natia kennengelernt gemein die gemein ach so ok sind youtubers wie über ich kenne ich kenne eigentlich viele von den amerikanern wie gesagt und die deutschen let's player kenne ich auch nur die großen wie stopp baby bleib hier spider 68 hey thanks for the full appreciate body enjoy the show and have fun Greetings from Munich, Germany, wherever you are in this whole wide world. Merci für dein voller Hauptspaß, genieß die Show und liebe Grüße aus München, wo auch immer du dich da befindest, auf unserem komischen Globus-Welt. Deutschland! Ich war lange bei Mod by Justin TV. Okay, nice. Muskeln zeigen, natürlich, sofort. Das ist unsere Quest hier. Wiederspieler spielen und ein Instrument spielen. Ich wäre auch gemeint. Ja, du schon. Da, das wird doch zu dir passen, Schatten-Scheiße. Die, da ist doch deine. Ist für dich. Ist für dich. Ibiha Shunisi. Ibiha Shunisisi. Gwyn Jeyabimo. Saneke Bolindi. Ah, meinst du? Aber die schauen schon alle aus wie die andere. Und zwar... Komplimente über Aussehen machen, natürlich. Bitten abzuhängen. Anmachspruch. Tag verschönern. Auf geht's. Jetzt geht's wieder los für die nächste Quest hier. Wir müssen zur Morgen in die Arbeit, aber... Macht ja nichts. Ah, wie gefällt's dir denn so hier mit mir nachts? Okay, ich kann einen Moment bleiben, meint sie. Kannst du mir ja schon mal vorwärmen, Gags. Gags, ich wechsle aufs Handy wie immer. Bis gleich, bis gleich. Ausfüße, ja, dein Lieber. Ah, kokett, schön. Jetzt haben wir schon ein paar Herzen hier. Rose anbieten. Mach mal, probieren wir mal. Noch eine Rose geht das, dann... Hände küssen, jetzt schon? Was ist denn da los mit der? Wieso geht das so schnell alles? Die lacht doch über jeden Witz. Ach, das mit der Rose ist wieder weg? Wieso verschwinden denn diese Sachen? Ähm, was ist denn das nächste hier? Jemanden anrufen, Videospiele spielen, Instrument spielen. Kannst vergessen. Anrufen geht, aber Instrument spielen wir jetzt erstmal keins. Schauen wir mal weiter. Lesbenpower. Von Herzen kommt ins Kompliment machen hier. Nach Tag fragen und schmeicheln tun wir ja auch mal. Wadisch, wadisch denn? Oh, Sambo. Sambo, die Stimme hat hier. So, Jungs, Mädels, haut rein. Da schaut ihr geht nur schlafen bis Samstag und Danke, Gags. Kein Ding, die hast du es ja rechtmäßig erworben und gewonnen. Von hier, schlaf schön, träum süß. Bis Samstag dann, äh, Schattenscheißer 007 hier. 7 hier. Genau. Also, umarmen tun wir nicht, wir tun Tratschen, wir tun, wir versuchen die kennenzulernen. Tun, tun, wa? Nach Tag fragen. Und dann müssen wir morgen zur Arbeit, um 10 Uhr, gell? Ja, um 10 Uhr. Pinguna. Oh, Pompini. Pompini, yay. Ich hoffe, wir steigen morgen in der Arbeit auf, damit wir den Job vielleicht... Nein, wir können nicht quitten, gell? Wir müssen ja weitermachen. Ideale Stimmung, konzentriert Tagesaufgabe, Computernutzung nicht begonnen. Benosa, Bantanabe, Zabula. Bepete, Peltura. Benu. Nacht ist light, good night. Super. Na-ah. Na-ah. Schau, wie doof. Sie möchte meine haben und sie sagt nein. Bist du, sag mal, was ist denn los mit dir? Mit Luisa rumalbern? Ne, machen wir jetzt mal nicht. Was möchtet ihr jetzt hier? Jemanden brüderlich umarmen. Unsicherheit mitteilen. Was war das, nach Kreditfragen? Selbst wir ohne scherzen. Über Fitness-Techniken? Also ich rede auf jeden Fall über Fitness-Techniken, da ich sehr sportlich engagiert bin hier. Ja, exactly. Exactly. It's a good night. Ja. Über Strategie diskutieren. Über den neuesten Spieler reden. Und passt schon. Kompliment über Auftritt machen. Schaut echt hübsch aus, die Kleine. So eine Karrierefrau, wa? Ich hab mir schon mal in die Hose gemacht. Das war sehr lustig. Ander lacht rüber. Hier, ich esse sehr, sehr gesund. Esse sehr, sehr viel Obst. Ich hoffe, du glaubst das. Kommand 93. So, ich bin mal auch. Penn, gute Nacht und PS. Ich wohne direkt am Weißwurst-Equator. Alles klar hier. Kommand da. Schlaf schön und träum süß. Merci fürs Vorbeischauen. Bis zum nächsten Mal, sag ich einfach ganz frech. Ach, die ist müde. Schau, ich kann ihr meine Muskeln zeigen. Benore Fricka Swabs. Aua. Aua. Gelangweilt ist die. Wieso bist du denn? Gelangweilt. Lustig der Aktivitäten. Kalte Schutterzeichen. Überkoch mal den Tag für Schülern. Mit Handschocke hereinlegen. Machen wir das mal. Verarschen wir sie mal hier. Die Kleine. Mal gucken, was passiert hier. Und dann lacht ihr auch noch so blöd, ey. Ist das geil. Lustige Aktivitäten vorschlagen. Über Langeweile sprechen. Mir ist langweilig. Nehmen wir mal drüber. Nehmen wir mal drüber. Schau mal, wie das so ist hier. Aber so ein Auto hätte ich schon gern. Aber du kannst ja bestimmt nicht fahren, oder? Oder du passt gar nicht in so ein geiles Auto rein. So wie ich dich kenne. Schau dich doch mal an hier. Bin mir jetzt nicht sicher. Aber vielleicht passt es in einen Familienwagen. So einen ganzen großen. Passt dich schon rein. Ja stimmt, da könntest du recht haben. Aber ein Speedboat, ein kleines, da passt du nicht drauf. Einfach in den Müll damit. Gagshow. Du boosst das single girl. Nein, Mann, ich bin nicht. Eigentlich bin ich ein Mann. Ich bin ein Mann. Lass mich mal checken. Halt. Ja, 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 ich bin ein Mann. Mit dem Panzer? Was hältst du davon, mit dem Panzer zu fahren? Ich bin so scharf drauf, den Stiggy in die Hand zu nehmen, mit dem Panzer zu fahren. Das macht voll Spaß hier. Snibara Watanini. Nibsibu. Oh, Kitsuni. Oh, Kitsuni. Und einmal hat mir wirklich jemand mit dem Panzer mein Regal kaputt gefahren. Das habe ich schon mal jemand anders erzählt, aber hey, dir erzähle ich es auch. Das war so krass. Und dann musste ich extra irgendwo hinfliegen, um mir das gleiche Regal noch mehr zu kaufen, weil es gab es hier vor Ort nicht. Es war total kompliziert, das Ganze. Ja, sie sondert währenddessen auch geschieden. Mir war es so heiß, aber ich musste dieses Regal einfach schleppen. Das war echt brutal. Ist es dir eigentlich eine... Du schaust echt hübsch aus. Schau dich doch mal an. Ja, ich finde dich jetzt auch nicht so schlimm, aber ich finde mich eigentlich viel sexier. Deswegen... Guck mal, was haben wir denn noch hier? Genau, Reparaturtipps geben. Witz über Pantomimen erzählen. Was musst du denn machen hier? Sammelobjekt finden. Wiederspiele. Bromarmung geht anscheinend nicht. Mehr Auswahl. Romantik. Können wir schon knuddeln mit der? Machen wir es mal einfach. Mal probieren. Ob die knuddeln will. Sollte die Uschi nicht mal schlafen gehen? Achso, da sie um 10 Uhr Morgen arbeiten muss. Oh, ich meine. Machen wir es wieder Gags. 1, 2 Stunden reichen schon. Umarmen. Klappt, okay. Wunderbar, klappt. Stehst du auch so auf Burger? Dafür, dass du mich jetzt umarmen durftest, habe ich jetzt voll Bock, Burger zu essen. Jetzt musst du mich einladen. Hast du denn schon mal Burger gegessen? Also, ich weiß nicht. Habt ihr schon mal Burger gegessen? Was meint ihr? Jemand brüderlich umarmen. Das fehlt mir noch. Jemand brüderlich umarmen. Hier überkochen. Wir werden erst mal überkochen. Ich mache meine Burger immer selber. Und esse fast nur Chips und Pommes. Deswegen schaue ich so schick aus. Schmeicheln, mehr Auswahl, Romantik. Gestehen, sich angezogen zu fühlen. Und dann nachher wieder mal probieren. Erst mal ein Kompliment von Herzen. Und dann knuddeln wir noch mal hier. Sie musste eigentlich in acht Stunden zur Arbeit. Ja, sie muss zu sleep. No energy anymore hier. Actually, she has to work in like... Yeah, seven hours. Sonne ist immer schön, aber ich kann so nicht rausgehen. Ich fühle mich echt schlecht. Danke, dass du da bist. Das ist echt süß. Lass dich mal umarmen, Baby. Varuda Acampo. Mehr Auswahl. Romantik. Schlüpfige Frage stellen. Mehr aus. Du weißt doch hier, also... Little Chicken. Ich kann doch jetzt nicht, wenn ich mit so einer schönen Frau hier im Park bin, kann ich mir einfach sagen, ich muss nach Hause, ich muss zur Arbeit. Würdest du das so machen? Gut, ich weiß ja nicht, ob du jetzt M oder W bist, aber... Das würde mir schwer fallen, wenn ich mit einer hübschen Frau im Park stehe. Wenn ich nächsten Tage in der Arbeit muss, wäre mir das eigentlich in dem Augenblick egal. Hey, Gunter Schmidt, WB. Bomsoidimpisch, ja. Bomsoidimpisch, ja. Hast du Bock zu küssen, Baby? Nee? Nee? Nee?